Ich weiß bestimmt, wieso kamen so lange keine Videos mehr. Der Grund ist, es kommt ein Riesenprojekt. Über dieses Projekt werde ich in diesem Video reden. Es geht sich um MyCraft. Und zwar werden wir, also ich, in einer Welt einen Neuaufbau machen. Ich habe da aber ein paar Mods drin, dass es da zum Beispiel Burgen gibt. Ihr kennt das vielleicht von anderen, das sind da so Spawner. Spawner, da muss man gegen Zombies als Beispiel kämpfen und kriegt dann irgendwas. Ein Thron. Da ist es ein bisschen anders, da sind auch Spawner, da kämpfen auch gegen gewisse Sachen. Und ja, da kriegt man aber keine normalen Sachen, sondern kriegt man zum Beispiel einen Eisenblock. Und da ist dann ein Problem, dass man das alles abbauen muss. Und so fand ich das dann halt ein bisschen spannender. Aber ich wollte euch noch was fragen. Und zu dieser Frage kommen wir auch jetzt. So, und zwar werden wir für dieses Projekt einen Skin auswählen. Ihr könnt in den Kommentaren schreiben, ihr seht hier die Namen. Wie zum Beispiel der erste, Miki Hasuni. Ne, wenn ihr das am geilsten findet, dann macht das und schreibt das in die Kommentare. Dann nehme ich den. Oder der Subana Yusufi sieht ganz lustig aus. Also ihr könnt dann in die Kommentare reinschreiben, was ihr halt sehen wollt. Und, ähm, ich werde diesen Charakter nehmen. Falls niemand schreibt, werde ich mir ihn selbst aussuchen. Und, ja, wenn einer in die nächsten Videos reinschreibt, dann den ändern. Ich hoffe aber, ihr macht das hier direkt reinschreiben. Und dann, hier diesen Mega-Markknall, der sieht so ganz geil aus. Den hatte ich schon mal, der ist richtig blöd. LOL Tigrinisch ist auch irgendwie LOL. Ja, auf jeden Fall gibt es hier ganz viele Skins. Den Creeper hier. Das sieht LOL aus. Das Gesicht sieht aber mal LOL aus. Diesen Screamfear, der ist richtig, oder Feuermage, der ist schon richtig geil, oder Skelett. Also, es sind hier schon Trollface, ein paar richtig geile Skins dabei. Ja, deswegen wollte ich euch das halt Info-Fragerunde. Und, ja, dann bis zum neuen Projekt. Ach ja, dieses Projekt, ne. Es ist ein Screams, die Mega-Games.